Oh, die kommt zurück, es geht weiter selber starten Ähm Ja, jetzt machen wir das noch Ja, du machst das hier So Also das sind auch schon lange, seht ihr, da kommt Geld Ich hoffe das reicht Hat gereicht, wunderbar Unsichtbar Wir greifen an Nach dem deutschen dieser Gehenwerfer ist voll gut Und Ich hab ja die Gessen Leute Ich hab' vielleicht gemerkt, dass ich Ähm Ich hab' vielleicht gemerkt, dass ich Ähm jäh Sehr gut Sack gap G wiped Zwei 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 Was ist das? Wir sind im Norden durchgebrochen, braucht Verstärkung. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Ausgezeichnete Arbeiter, wir kontrollieren jetzt beide Flussufer. Ich mach sie fertig. What the fuck, was machen die? Ich hab die Daumen gesprengt. Okay, zugelang so weiter. Ich muss hier angreifen. Okay. Ich hab die Daumen gesprengt. Ich hab die Daumen gesprengt. Einheit verloren. dann wird dann ist der Rest ist immer so hier bleiben ich habe Erfahrung es kann losgehen endlich merken Einheit verloren Sie sind durchgebrochen Sie sind in der Falle Filmsmordattentäter Jetzt habe ich keinen Bulllöser mehr Scheiße! Und jetzt? Bauen Sie Patriot-Raketen Unser Stützpunkt ist ungeschützt Warnung! Skatsturm geortet Nein! Sie dürfen uns nicht eintesseln Sie haben sich eingegraben Einheit verloren Wo ist der Skatsturm? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Leute Scheiße! Einheit verloren Was gibt's zu tun? Ich brauche Überhang Alles klar! Jaaaa! Dass er nichts macht! Ja? Das sind noch mehr! Feuer! Ach komm Leute! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch einfach! Das ist doch scheiße alles! Mann! Ich wollte laden! Nicht speichern! Nein! 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 Ich wollte doch laden! Jetzt bin ich genau da wo ich jetzt bin oder? Das ist ganz was anderes Wo bin ich denn? Zehnten! Zehnte! Das ist das hier! 10.43 Ist das das? Ja das ist das! Ja das ist das! Leute das heißt also wir müssen hier Einheiten bauen! Also ganz schnell Einheiten bauen! Bevor die uns hier ficken! Unsichtbar! Hirschen uns ran! Ein Kinderspiel! Ein Kinderspiel! Wir sind im Norden durchgebrochen! Auf Verstattung! Einheit verloren! Nein! Was machst du denn? Finde uns zurück! Oh Mann! Wie behindert seid ihr denn? Meine Befehle! Und los geht! Bring ins Gebäude ein! Ich muss also ganz... Ich muss also ganz... Jetzt machen sie eine Stüngerstellung! Klar! Alles klar! Ja genau! Genau! Jetzt machen sie das oder wie? Nein! Oh Mann! Warte Wichse nochmal machen hier! Ich habe sie wohl nicht gebaut! Ja? Erst einmal wer ist sie da oder was? Was für ein Scheiß! Oh Gott Leute! Ich darf hier nicht zu viel bauen! Ich muss hier ganz... Ich muss allem einen hier rüberbringen! Alle! Ja! Alle! Einheit verloren! nicht bei dir etwas auf! Ach was? Das ist für dich! Ich rufe dann! Ich rufe da! ich mache jetzt den mit dem flugzeug und dem flugzeug mit dem flugzeug mache ich die beiden dinge hier ich muss eigentlich nur die gebäude zerstören das ist mir klar leute aber und ich warte jetzt weil es keinen sinn hat ja das hat so keinen sinn ich mache die hier ich muss beide machen wenn er jetzt schon die ganze tunel und den rest habe ich dann mit dem anderen gemacht dann geht es hier oben dann weiter und dann haben wir wieder einen sketch sturm also muss ich hier auf jeden fall hier auf mich nicht ein Kinderspiel die haben Schlimmer getroffen, hundertprozentig oder auch nicht jetzt muss ich warten Leute warum steht das hier, warum steht das hier, das haben sie vor allem nicht gebaut das haben sie jetzt schon gebaut oder was was für eine Scheiße Leute ich glaube schon ja die Zeit ist vorbei Leute, so können wir es machen, ja so können wir es machen wir müssen noch ein paar davon Leute, bis nächstes Mal nicht vergessen, bitte immer kommentieren, teilen und mich, abonnieren, bis zum nächsten Mal, tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal